so das wäre jetzt was wenn wir jetzt hier raptoren hätten wurde es war das wir einfach mal der let oh scheiße jetzt kommt es darauf an okay ich will gerade mal kurz um das haus gehen sicherzustellen dass das auch hoffentlich der letzte ist oder der einzigste neben ist in ordnung gesundheit auch das ist nicht das was ich wollte das ist nicht das was ich wollte das war der dodo oder das war doch der dodo oder nicht hier scheint alles sauber zu sein tatsächlich der stein ist zu groß oh so So. Er geht in die Luft. Da oben fliegt auch schon einer. Ach. Ich war hier nicht mal ein Langhals. Der Prontosaurus. Der Prontosaurus. Ah. Hier ist der Prontosaurus, oder? Der Prontosaurus, oder? Dibliodocus. Dibliodocus, das ist der Cadino. Dibliodocus. ja das ist der brontosaurus sehr schön da kommt doch was einfach mal wie nice bitte nicht mit einem schwanz habe ich nicht so was müssen was essen ich dachte gerade er hat uns mit seinem schwanz erwischt kurz erschrocken hier werke ich auch schön so am see merke ich auch ganz schön aber ich nehme an wenn wir alle kleine obwohl ich eigentlich ganz so schlecht tatsächlich wenn wir überall einen kleinen posten hätten gleich vier mal vier oder vielleicht zwei mal vier oder drei mal vier hätte schon reichen muss nicht viel mal vier sein 2 x 2 wird ja schon reichen dann werden wir doch hier schon auf einem besseren niveau was hat besseres niveau dann werden wir schon mal besser ausgestattet tatsächlich und dann wäre es vielleicht auch gar nicht so tragisch wenn wir mal sterben würden weil wir ja überall 6 so und 2 ist er schon unten da ist er wir haben ein schwer das ist doch gar nicht so nah dran wie ich dachte aber wo kam der jetzt her verdammt haben die das eigentlich angst vorm feuer also zumindest hier haben sie hier angst vorm feuer wenn ja das wäre schon mal sehr gut es ist da wir kommen jetzt darauf verdammt ich bin sehr sehr vorsichtig gerade ich bin sehr sehr angespannt momentan vielleicht merkt man die anspannung vielleicht aber auch nicht ich weiß es gar nicht die nein verdammt wie wir brauchen er 15 und nicht falsch wir sind level level 11 verdammt verdammte axt scheibenkleister nein das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht verdammt gut dann kann man wieder umdrehen dann hat sich das für uns auch schon erledigt wo müssen wir denn raus ich glaube wir müssen hier langer also hier ist ein dodo nein da sind wir ich habe ich habe wirklich gerade gedacht wir werden wieder er hat uns wieder verlaufen aber okay also wenn das ding da ist level 15 hat er gesagt wir sind jetzt momentan level 11 verdammte scheiße das heißt nur vier level vier gleich jetzt das ist unbegreiflich geil sind sie auch schon hier das ist ein dodo bin ich sehr schön dodo der name dodo vogel hier unten gibt es keine raptoren nein gibt es nicht finde ich sehr schön sehr nass so hallo so und dann gehen wir gerade hierhin steine was ist das das sind uns fehlt und dann gucken wir mal dass wir unten irgendwie noch was die höhere probieren können dass wir unten irgendwie noch was anderes okay gut der falsche hat nicht so groß ist das können wir ab und zu mal machen halt nur wenn wir es eigentlich haben ich hasse die dinger ekelhaft also machen wir ihn mal an ja so zur feier des tages ich möchte mir das jetzt gerade mal kurz von außen anschauen sieht irgendwie schon geil aus doch sieht schon sehr sehr geil aus so und wir müssen wieder was essen boah wie geil wie geil das einfach mal ausgeht entschuldigung aber wie nice ja das sieht schon sehr cool aus werden wir jetzt hier noch ein dach hin machen nur mal testweise hatten wir das zeug für ein dach was braucht ein dach braucht okay dann könnten wir ja rein theoretisch komplett einmal außenrum bauen oder nicht also also eigentlich müsste es funktionieren eigentlich so dann machen wir mal den hier zack 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 so ach krass boah wie okay es wäre kompliziert und es würde sehr viel zeit und sehr viel ja sehr viele ressourcen kosten aber es würde wahrscheinlich gehen so dann müssten wir aber jetzt stürgerade hoch bauen wenn wir es aber stürgerade hoch bauen dann wären wir hier ok gut wir müssen ja nur hier hin ich denke das passt ja tatsächlich äh wir nehmen wir mal das leben mit 19 ok hm hm dann compass level 5 wood foundation slingshot zack zack jetzt noch drei stück zack jetzt schon mal hier alles fertig so oder wir machen jetzt hier was oder wir machen jetzt einfach mal das gibt es ja nicht verdammt da gibt es auch nicht wenn wir jetzt dann da nochmal so ein dach hinsetzen das ist unser strahl der ist weiß das ist unser strahl der ist weiß schaue ich noch nicht so aus das das haben wir erst noch aber was hat das zu bedeuten das ist ein hilfsgüter das sind irgendwie das ist ein hilfsgüter das sind irgendwie airdrops ja aber das ist einfach wieder irgendwo verschwunden das hat mich schon sehr tief berührt wenn ich mal sagen dann das ist ja das mal hier alter so dann haben wir jetzt hier ich werde einfach mal hüpfen können das ist völlig übertrieben jetzt geht das Wasser ja 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 wir sind da wir sind da wir sind da er bleibt ja wohl er bleibt ähm ach krass ja boah das blende ich mir zu arg wir haben einen Sattel bekommen aber für was für was für welches Tier für welches Tier ach krass das ist der gleiche nein ach krass ist der blue print ähm was nein ach das gibt's doch nicht ach ja ich könnte mir das Zeug mal hier ran so 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 und dann die sieben dann nochmal den hier und den hier. So, weil wenn es jetzt klappt, was ich vorhabe, kann auch sein, es klappt nicht. Aber wenn es klappt... Dann ist jetzt die Frage, machen wir denn hier noch alles zu, oder wie sieht es aus? Oder lassen wir denn alles? Nee, das lassen wir alles frei, oder? Ja, das lassen wir alles frei, ja, das ist... So. Verdammt. Tyrannodon-Level. Vier. Ach, Mann. So, noch ein letzter Versuch. So sind die damals gelaufen. Aber die sind doch so gelaufen, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber ich... Ich kann es mir nicht vorstellen. Boah, wenn das unser Haustier wäre. Hm. Hm. Okay. das gibt es doch nicht das doch einfach nicht verdammt ich würde mir so liebend gern ich weiß es nicht sieht einfach so cool aus alles ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020